eh leute was geht hier ist euer Prader wieder mal und ja heute gibt es ein ganz geliehenes Live-Contair ich habe gerade richtig Bock einfach ein bisschen zu zocken mit euch und ja das hier wird so ein kleines m3 Spielründchen mal gucken wie lange ich zocke ich werde die besten Momente würde ich für euch zusammenschneiden und dann einfach mal hochladen ja ich hoffe es gefällt euch also erwartet nicht zu viel ich werde hier einfach mal einfach mal suchen ist übrigens mein first game was du mal kommt team deathmatch first game macht einfach mal ein team deathmatch ja tdm auf mal gucken wie das denn so wird so war heute schule gehabt heute ist übrigens Montag bei mir richtig geliehen aber auch weil ich am Mittwoch schon wieder frei habe naja also morgen noch den ganzen Tag Schule ganz schön schlicht und ja also AC auspacken ich muss mich wieder an MP3 gewöhnen legen oh mein Gott ist das peinlich ist mir leid auch dass die Leitung gerade nicht so gut ist oh Leute tut mir das leid mein Moveman ist gerade wirklich guck mal ich geiere ganz gerne ja ich spiele Assault warum auch immer ich spiele gerne Assault oh fuck alter okay der hätte ich jetzt nicht challengen dürfen das ja scheiß drauf so gucken wir mal da oben ist einer so das sind natürlich wieder mal zwei der macht natürlich bei obwohl die collection scheiß ist nice so übrigens man hört auch immer den scuff alter die connections richtig schlecht grad was ist das für ein host oh mein gott ich dachte der wäre unten digga okay nice auf dich kommt da keiner nice double ich bin wohl sag schon wie du rausprügeln so ich spiele übrigens ohne Headset also mal gucken was da so abgeht ne okay ganz gering mal moinsens ja du kleine Camper Ratte mal gucken ob er gleich first game pay flow reißen das ist ein wunder für mich irgendwie du 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 ganz g die gern noch kommen noch drei kill snacken komm Heli gib ihnen natürlich mein Heli geht wieder mal voll ab richtig krasser Heli auf jeden fall so so ja danke Shinigami Farina vielen dank du mein Heli geierst du ah oh mein gott oh mein gott das knife was ja ja gut erst wieder mal so ein richtig geiler tot kassiert alter und das knife schon wieder was war das denn alter mann oha da gebe ich ihm ins kappen das war gerade völlig übersteuert es tut mir leid so schön da rein wenn der noch da drin ist was ich raus gut ja ich rushe ganz gerne rum wie macht der denn da lol 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 mal äh also ähm äh okay ich habe auch kalte Hände des Grauens gerade so so zack da haben wir schon wieder die Predeza nice gav alter ja das Predeza oh fuck Predeza ausbrügeln ich weiß dass die Predeza ist aber ist mir jetzt gerade auch egal doch du du dich schon du du dich schon fuck 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 der hat ja gerade rausgeprügelt ja das spiel ist eh gleich vorbei zack wie kann man eine acr mit dem aufsatz schrotflinte spielen ganz ehrlich das tut man doch nicht oh oh yeah noch einen schönen double kill zum abschluss hier ganz gegen rausgeknüppelt ähm ja war ein ganz netzes spiel auch wenn wir den melee nicht erreicht haben zack hier noch schön geswatcht und ja das war schon eine schöne prezi für first game oh 22 tdm obwohl ich guck dir die connection alle digger oh mein gott ja nice game haben mir spaß gemacht mal gucken äh ich werde jetzt noch etwas dran packen so also wir sehen uns gleich beim nächsten spiel leute also haut rein bis nachher ja meine freunde nächstes spiel herzlich willkommen lockdown tdm schon wieder ich bin in der lobby geblieben auch wenn die connection nicht gerade das hergibt was man erwartet ja egal ich habe trotzdem saujute laune komm geht mir ja mann oh ich hab ganz so bock mb3 zu zocken wieder mal nach dem aw suchten wieder mal ein schönes call of duty spiel okay das ist ja natürlich auch nicht gerade wunderschön aber besser als andere so ja würde ich mal sagen fangen wir mal an wieder acr ich werde natürlich auch ein bisschen abwechslung bringen nur komm wenn wir gerade schon bei abwechslung sind warum eigentlich nicht die scar die haben wir gestern ich habe jetzt noch ein bisschen gespielt ich habe gestern am sonntag auch schon schön fun gemacht ist klar oha alter was ist heute mit den knives los mann oh mein oh mein gott das sind das für knives da kriege ich wieder so eine krawatte das ist ja auch normal ok den hol ich mir ganz geliegend oh 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 ich habe dir einfach one shot geholt digga lol oh mein gott das ist so ein opfer oh mein gott digga ich weiß es war jetzt nicht der krasseste move den ich je gebracht habe aber trotzdem neul digga mein aim ist voll drauf nicht voll geil irgendwie also nicht natürlich nicht voll aber geht schon gut klar was willst du mich trau man bist du mich troll predator das war das denn richtig geile predator wieder mal und ich habe das denn wieder für die mit guter den typen bei der live euro bei das machst du mit deinem leben oh fuck lad ich hole ihn mit wenig fuck egal ich wäre tot gewesen ich hole ihn mit wenigen money ich bin warte nicht ich schenke jetzt die waffen nicht aufklärung ich habe mir gerade sehr sehr gut gefallen ich habe mir gerade sehr sehr gut gefallen ich habe mir einen patch rausgauen oder so keine ahnung oh 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 nein ich bin so schlecht man so aha oh mein lieber oh alter was ist das denn das ist doch nicht dein ernst oh mb3 er spawnt echt oh mein gott ich oh neun sense da gibt es nur barrett barrett harpsko komm harpsko ja nicht dich mein gott flüte so da ist niemand so das auch so es gab uuuu und uuuu 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 ja ich komme mich weg uuuu 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 du na shit so komm Achtung feindliche aufklärungsdrohne gesichtelt 1 schon mal in der reis wiederhole jetzt aber pay flow kommen okay da oben wäre noch einer aber das ist jetzt so risky aber ich werfe einfach mal von action er hat mein leben zerstört oh mein gott wie alter wie red ich grad war nein oh mein oh gott digger nice nein da ist da ist das ding mann sorry für das gecampte am ende also war ja eigentlich nicht gekämpft war ein schöner alter ich bin ich die kann das ist gar richtig geil zum zocken mann richtig fett mann so da ist ein typisch ist wohl war uns natürlich ganz gelegen also die leitung macht mir gerade übel das wochen weiß auch nicht was los ist manchmal auch zu mir überhaupt kein bock aber jetzt gerade was ist denn los mann da will kill und da ist noch einer mann und ganz geht gegen weg gesnackt und da ist der preleza wieder und oh mein gott ein schade oh mein gott oh mein nein komm last nice wir gehen für den last nice kommt okay das war das zweite game ich werde doch nicht die besten momente zusammenschneiden ich werde einfach zwei spieler was machen aber das war ziemlich nice also das spiel hat mir gerade richtig hart gebockt ja das war das waren zwei spieler eins pakara lockdown ach komm weil es mein erstes commentary ist werde ich einfach noch eins rein schnubbeln ja komm leute ich schnubbel noch eins rein mann da ist noch keiner gestorben sag bumm rein damit so ja würde ich mal sagen wir sehen uns dann im nächsten spiel wenn es wieder heißt entweder underground oder outpost ich glaube underground wir sehen sie ja also bis nachher tschosen so leute was geht jetzt geht es wieder weiter mit tdm auf underground ja die map ist so ein ist immer so ein mittelmaß manchmal magst du sie manchmal hast du sie das ist bei der map einfach sehr viel sehr oft der fall sehr füße auf deutsche so ich will nur sagen ich habe irgendwie bock also die scar hatte richtig bock gemacht aber komm weil wir heute gerade gut drauf sind hau mal noch die mk 14 raus ich weiß nicht ob das mit dem trigger finger okay das wollte eigentlich gehen ja ja also es gab es auch bereit haben wir auch in den letzten zwei spielen nice da so was kommt oh shit digga was war das denn so alter der typ muss wieder mal guck jetzt wetnis digga richtig der harte also da gut jetzt einfach mal hier hoch sag ich mal sagen der ist auch schon alter team mehr hä warum sind wir am verlieren ich dachte immer meine team jetzt rasieren so krass da komm jetzt ja da ist einer ich rieche ihn oder auch nicht alter wie schlecht ich bin es tut mir leid auch gott ja meine hände sind immer noch kalt und ich friere gerade ein bisschen man wird hier gerade dunkel die sind auch übelst am camp mal da was ist denn los meine fresse digga heiliger pinöpel kriegst ja kriegst ja brennfeuer irgendwo wo ich jetzt nicht sagen da kommt als jahr aus war ja bahn es gab regels du kleiner wix den hat er so richtig krass verdient den schirmkiller diese namen schon wieder mann aber den stag hat er so richtig hässlich verdient mann so zack boah das hat mir jetzt gerade wieder das habe ich glaube ich auch schon wieder schöner gemacht im stag obwohl ich hier vier stelle es macht mir trotzdem bock leute ich quitt nicht raus auch wenn dann schirmkiller 321 oder wie auch immer drin ist die 36 woher kommst du ich guck nach oben alter bin ich behindert ok das war jetzt mein fehler ich bin dumm ich bin dumm okay dann ist gar alter woher kommen die denn immer mann kam und seine aufklärung german killermann so oh shit alter voll verhängt es tut mir im herzen weh wenn ich so etwas sehe immer diese deutsche da kriege ich nicht ein zu viel oh Gott leggy leg nice sind doch eh dahinten und er kommt wieder von der seite wo ich zuerst hingeguckt habe mann ich habe da gerade zwei gegner gesehen er kommt natürlich wieder von der seite wo ich zuerst hingeguckt habe oh mein gott oh oh o 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 ab geht anscheinend nicht so ein schuss nachladen bringt böse kommt man ja übrigens mw3 ja warum mw3 kommt das ist mein allererstes call of duty wesen also mw3 schon immer ein cooles call of duty für mich obwohl ich natürlich am anfang richtig hart abgeräumt obwohl ich am anfang natürlich auch richtig hart abgelöst habe war das schon immer eines meiner favorite call of duties er holt mich durch die waren weil er das baut oh mein gott unsere aufklärungsdrohne ja ja da immer mal jumpkiller digga immer bei ihm alter die leitung was ist denn los mit der hat mir kommt dann auch mal ich habe nicht bekommen so ok das war mein allererstes leid kommt ja also da ist das war das denn digga ok nice lacht kirken 17 9 schlechtestes spiel von allen dreien naja ich hoffe es hat euch trotzdem unterhalten wenn ja dann lasst doch eine bewertung da und ja ich würde mal sagen vielen dank dass ihr es bis zum ende geschaut habt und ihr habt noch einen wunderschönen tag haut da rein bis bald euer prädat schausen